Die Sowjets wissen nicht, dass wir hier sind. Sehr erfreulich. So können wir diesen MBFs Begleitschutz geben. Danach errichten sie eine Ausgangsbasis für den Angriff auf das sowjetische Hauptquartier. Und wenn möglich, zerstören sie die Stadt nicht mehr als nötig, Commander. Untertitelung im Auftrag des ZDF, ich zeige euch die Gegend. Und wegen der Zug. Kabilisieren wir uns. Machieren wir uns. Machen wir mal eine schöne Ausfahrt. Ein Ausfahrt. Die Saison werden unseren Ausflug. Kabilisieren wir uns. Kabilisieren wir uns. Kabilisieren wir uns. Untertitelung. BR 2018 Ihre Flotte bleibt weiter auf bisherigem Kurs. Aber Ihr Job ist hier, auf dem Festland. Errichten Sie einen Stützpunkt, dann wenden Sie sich dem sowjetischen Hauptquartier zu. Passen Sie auf sich auf, Sir. Sie wissen, dass Sie hier sind. Schlimme Nachrichten, Commander. Die Sowjets haben einen eisernen Vorhang errichtet. Dieser eiserne Vorhang dürfte Ihre Truppen vorübergehend absolut unbesiegbar machen. Grund genug, ihn zu zerstören. Europa gehört jetzt zur Sowjetunion. Und ich werde dafür sorgen, dass es ewig so bleiben wird. Der Bau ist angeschlossen. Der Bau ist angeschlossen. Danke, danke. Danke, danke. Danke, danke. Danke, danke. 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 Sie halten sich ja für so clever. Pusten hier ein Reaktor weg. Pusten dort ein Reaktor weg. Und durchbrochen haben sie nur die äußere Verteidigung. Die sind 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 die äußere Verteidigung. Sie gehen die übrigen sind. Die sind die ure zur Fallen durchs齡. Die sind die äußere Verteidigung. Perują von schon sein. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020